Was wollen natürlich alle? Der Drift, alter Wund! Ey, er trollt mich doch. Ja, als ob die ahnen, dass du ein Kack-Auto hast. Ich hab ein Audi. Böse Scheiße, was? Ja, Mann! Mann! Ja! Oh, Digga, rammt mich alle! So macht das Spaß! Checkpoint verpasst! Ohne Wurzel! Ohne Wurzel! Hey, ich bin so schlecht! Was soll ich sagen? Ja, umso weiter vorn du bist, umso mehr Bonuspunkte kriegst du für deine schwulen Triffs, also machst du mehr Punkte als ich, definitiv! Achja! Uoooooooaah! Verpisst dich! Oh, ne und Vage! Ne, noch nicht! Ich hab, ich hab nen Crash gebaut! Herzlichen Glückwunsch! Ach ne Kopfsch Fierst gekommen! Ah, du bist vor mir. Moin. Ja, ich habe auch gerade einen Crash gebaut. Schön. Ja, klar. Einer fällt mir vor hinten rein. Ich baue einen Crash da durch. Jetzt habe ich den bei dem einen auch gerade gemacht. Da geht es so, dass der Kasse sich mehrfach gedreht hat. Ich habe mich noch 90 Jahre drehen. Ich habe geradeaus ging die Wand. Hm, nett. Ich habe die Kurve für mich. Ich bin ein Leitplan vorgelegt. Ich habe mich noch nicht gewünschtes. Nein! Ja, gib mir die Punkte. Nice. Nein! Oh, das war so klar. Oh, Alter. Ich verschenke hier so viele Punkte die ganze Zeit. Das ist unglaublich. Hm, da ist das Ziel. Klasse. Schleicht! Ich bin ja ganz am letzten Satz gewesen, ne? Am Ende. Jetzt am Ende. Ja, okay. Hochst du dir an, ich habe das schlechteste Auto und bin auf Platz 4. Ja, es kommt ja auf die Punkte an, die du halt kriegst, ne? Ja. Sprint rein. Ja. Hoffentlich keine Autobahn. Keine Ahnung. Sonst kommen wir die Regera sowieso anpacken. Tja. Tja, steht vor mir ein scheiß Regera, Alter, ey. Ich kann nicht vorbei. Es ist auch noch eine Autobahnrennen. Ja. Okay, sind gerade zwei geflogen. Oh, genau. Und hast du gerade noch mal zwei gequischt? Ich bin froh, dass ich jetzt noch an die beiden Umfälle vorbeigekommen bin. Das glaube ich. Scheiße, ich habe den Punkt verpasst. Man musste auf einmal links abbiegen. Die sind auf. Die sind auf. Richtig nice. Die haben fast alle verkackt. Ey, das war aber auch scheiße. Ich beschleunige übel sogar mit Boosts. Und auf immer musst du da links abbiegen, ey. Ich habe mich schon gewöhnt, wie sollt ihr jetzt so lange fahren sollen? Ja, ich konnte zu spät reagieren. Ich wollte noch links, aber war schon zu spät. Was sollte ich machen? Ey, ich bin schon wieder falsch gefahren, oder? Ist nicht meine... Ne, bin ich nicht. Was mache ich denn? Oh, ich habe gleich keinen Bock mehr, Alter. Ohne Witz, ey. Können wir bitte was anderes spielen? Ey, ich hab... Ne. Nein. Nein, ey. Ah, ja. Rage ist einfach... Ich hasse dieses Spiel langsam. Ja, freu dich auf die P2. Na ja, mache ich auch. Da stelle ich mich nicht so ganz beschissen an wie hier, ey. Das ist aber auch mit dem Crash nicht so behindert da gemacht. Davon mal abgesehen. Ah, der Typ wird es kommentarieren. Ich werde nicht hinterher, ey. Das ist echt. Ja, da vorne ist nicht flüssig. Das ist schon das Ziel. Bau wieder einen Unfall. Ich kenne doch die ganzen Strecken hier nicht. Das ist halt abfuck. Das ist nur Autobahn. Halt dein Maul, zum Beispiel am Anfang, wo ich rechts statt links gefahren bin. Wenn man die Strecke kennt, dann wüsste ich das. Ich kenne dich selber nicht. Ja, du hast einfach Glück gehabt, Mann. Scheiße, nur Walter. Ich gucke auf die Karte. Ich gucke auf die Karte. Nee, ich gucke auf die Karte. Mami. Guck mal da an den Straßen, die sind noch so blaue Pfeile. Die zeigen hier einen anderen Weg. Ja, halt dein Maul. Weißt du, was ich jetzt auswählen? Driftrennen, so. Ja, meinetwegen, mach doch. Habe ich auch. Ich mach doch mit. Alle meine fünf Stimmen drauf gegeben. Ja, 20 Stimmen. Alter. Ist das doof. Wenn du denkst, kannst du nicht provozieren. Ich gebe meine fünf Stimmen auf das Riftrennen. Ist mir scheißegal. Ich habe sieben Stimmen auf das Riftrennen gegeben. Ich habe nur fünf gehabt. Okay. Ich wüsste gar nicht, wie das zusammenhängt mit diesen scheiß Stimmen. Die ganzen Hupen, ey. Diese tiefe Obel, die war von mir. Okay. Ja, wir haben die Punkte nicht bekommen. Danke. Zehntausend Punkte für den Arsch. Ich liebe es. Oh, das bist ja du. Sorry. War wirklich nicht mit Absicht. Du bist halt dann völlig angearscht in dem Moment. Nein! Oh ja, das ist also ein Unfall. Alles klar. Läuft bei mir. Vor einer verkackten Kurve. Baum. Wow. Knapp. Oh, Laterne. Wer hat mich jetzt gerahmt? Panda. Wichser. Geht! Alle! Jetzt keine Punkte mehr, komm. Dritter Platz. Oh! Zweiter! Nice! Ich habe endlich mal einen guten Platz erzielt. Was ist denn los bei mir? Ja. Ja. Ich habe das schlechteste Auto. Wow. Ja, obwohl ich so schlecht bin, bin ich trotzdem Platz 3, ihr Noobs. Was geht? Wie geht? Uh. 73.000 alles war. Naja, lohnt sich ja gar nicht. Eine Million RP. Da bringt mir auch voll was. Ja, bringt dir, bringt dir richtig viel. Arbeit. Boah. Hey. Wait. L won. Ne se. Hiç. BT ini bitte. Ki. hoch.